V8 5 Liter von 250 PS Also da ist richtig Paderhüter So, sprengen wir ihn So, wir schauen, dass du ihn los wirst Ha 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 Eine Runde in der Bucht Jawohl, jetzt der zweite Versorgung und jetzt funktioniert es Wir sind ein guter Gitter Wir sind ein guter Gitter Ich glaube, der erste in der Bucht ist Geh zu spät 3000 PS Stopp, 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 stopp Stopp, 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 stopp Stopp, 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 Stopp Und wie man sieht, nicht ganz so einfach das Ganze. Und wie gesagt, jetzt eine Runde, ich der Boden. Dass jeder den verzogenen Blick sehen kann. Ja, jetzt sieht man, jetzt wird es knapp. Ja, nochmal ein großer Applaus. Danke.